Ja, 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 so viele Dinge, die uns täglich froh machen, sind aus Gelatine. Aber was ist Gelatine eigentlich ganz genau? Die Speisegelatine ist ein Lebensmittel. Das gibt es hier als Pulver und als Blattgelatine. Blattgelatine wird meistens im Haushalt oder von Küchen und Konditoren verwendet, weil sie so schön einfach zu dosieren ist. Pulvergelatine wird bei der industriellen Herstellung von unzähligen Produkten des täglichen Lebens verwendet. Gelatine ist ein reines, geschmacksneutrales Eiweiß. Oder genauer gesagt, ein kollagenes Eiweiß, da es aus kollagenhaltigen, tierischen Rohstoffen gewonnen wird. Wie zum Beispiel Schweineschwarten. Unser Körper ist ja nicht steif und starr, sondern alle Organe sind mehr oder weniger flexibel. Das wichtigste strukturgebende Element im Körper ist dabei Kollagen. Und maßgeblich für die Flexibilität verantwortlich, da es große Mengen Flüssigkeiten bilden kann. Andere Nährstoffe wie Fette und Kohlenhydrate können sich im menschlichen Stoffwechsel gegenseitig über längere Zeiträume ersetzen. Eiweiß dagegen braucht der Mensch täglich. Das natürliche Lebensmittel Gelatine stellt daher für den menschlichen Organismus einen unschätzbaren Wert dar. Der Name Gelatine kommt übrigens von dem lateinischen Wort gelatius, was steif, gefroren oder erstarrt bedeutet. Durch den aufwendigen Herstellprozess werden die typischen Eigenschaften der Gelatine erreicht. Sie quillt in Flüssigkeiten, löst sich beim Erwärmen auf und bildet beim Erkalten eine gelartige Masse. Was Gelatine aber wirklich einzigartig macht, ist, dass sie das einzige Geliermittel ist, durch das die Produkte bei Körpertemperatur schmelzen. Deshalb lösen sich zum Beispiel Gummibärchen so herrlich im Mund auf und kleben nicht an den Zähnen. Nicht zuletzt ist Gelatine wirklich für jeden Menschen geeignet. Denn sie ist fettfrei, cholesterinfrei, frei von Konservierungsstoffen oder anderen Zusätzen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Lebensmitteln kann sie keine Allergien auslösen. Ja, ja, Goldbär. Ein echtes Multitalent, unsere Gelatine, oder? Gelita. Improving Quality of Life.